GITTERMASK Catboy mal 4 Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich geb sie an Catboy weiter und... Puh, ich hab eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Cut-Tempo! Was? Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Mietze-Katze? Lass ihn runter, Robo-Zack! Super-Gecko-Muskel! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Super-Katzen-Sprung? Super-Gecko-Tarnung! Wow! Geh sie mir zurück! Warte, was machst du da? Lass das! Oh! Super-Gecko-Muskel! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden, ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Mua-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wir sehen mal nach! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu! Amaya wird zu! Oilette! Ja! Greg wird zu! Gekko! Ja! Ja! Gekko! 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 Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich! Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es! Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigster Roboter? Gar keine Gekko! Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen! Ich hab eine Idee! Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg! Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gekko! Ich zieh das blinkende Ding raus und schalte es aus! Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel! Der Katzenbrüller! Der macht jede Elektronik kaputt! Warte! Zeit für noch mehr, Roboter! Und dann waren es wir! Katzenbrüller! Wie nett von euch meine Roboterarmee zu vergrößern! Roboterarmee? Ganz recht! Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage! Und wenn wir uns weigern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht! Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt! Okay, zurück zu unserem Plan! Achtung! Fellbälle! Aua! Na gut! Dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch! Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du glattander Trottel! Der Fellballknopf klemmt! Er feuert weiter! Ah! 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 Alles gut! Nichts passiert! Ja, mir geht's auch gut! Bei meinen Katzenschnurren! Headboy! Du wurdest vervielfältigt! Ich weiß! Ich weiß es auch! Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso! Die Roboter! Schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine! Sie soll euch vervielfachen! Nicht die PJ Masks! Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding aus! Ich kann nicht! Es sind zu viele Roboter! Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe... Ja! Ja! Ringelndes Reptil! Jetzt sind das vier? Kommt schon, Catboys! Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon! Wir werden diese Roboter rollen! Wihihi! Wuhuuu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell! Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne! Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen! Ich habe eine bessere Idee! Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird! Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat! Und ich laufe mit meinem so weit ich kann! Das ist ein super Training! Tschüss! Woah! Vorsicht! Woah! 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 Roboter! Werft diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen! Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch! Ich habe noch eine Idee! Und mit diesen Catboys? Kann nichts schief gehen! Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen! Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später! Schnell! Hä? Oh! 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 Nein! Ihr Pyjama-Plage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen! Ich baue ein Roboter-Katapult! Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern! Wartet! Stopp! Wir brauchen diese Baumstämme! Ich brauche sie! Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht! Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch! Genau wie du! Ich kann das noch hinkriegen! Ich hole die Maschine! Keine Sorge! Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger! Ich komme! Roboter! Schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört! Hey! Und du meinen! Passt auf! Oh! Boah! Ist das schwer! Eine Catboy-Kopie-Meister! Eine Catboy-Kopie-Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team! Schon vergessen? Tut mir leid! Ich hab's vergessen! Und meine Kopien erst recht! Entschuldigung! Höchste Zeit ein Held zu sein! Super-Katzen-Tempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen! Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen! Lasst die Catboys los und schnapp sie euch! Halt ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstam-Erfindungen! Hallo! Au-Ausch! 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 Hier kommt der Rest! Alle auf eure Position! Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Au! 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 Roboter hassen Wasser! Und jetzt der letzte! Super-Katzen-Tempo! Schnappt ihr die Katze, Roboter! Nein, nein, nein! Au! Geh runter von mir! Au! Wir haben's geschafft, jetzt streng deine Gecko-Muskeln an! Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko muss gehen. Ja. Ja. Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los. Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und? Was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. Äh, wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Eulett und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Amaya? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich hab gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich steh auf schnell. Zoom! Zoom! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey! Was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu. Gekos! Ja! Connor wird zu. Catboy! Amaya wird zu. Eulett! Die DJ Mest! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Kassenflitzer! Ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulett. Da sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis. Weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja! Und los, na los! Wow! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht ist es... Jung, vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Äh, okay. Hey! 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 Hm, keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Oh, in Augen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kutsch los und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfahren. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schocke der Welt. Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden. Dieser Zug ist für euch abgefahren. Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulett. Romeo, wir kommen. Autopilot. Ist ja Wahnsinn. Und wow, der Zug ist wirklich cool. Ha, ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor. Ha, diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste. Los geht's, Pyjama-Helden. Lasst uns Romeo aufhalten. Super, Eulenflügel. Eulett. Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Nur keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow. Wow. Eulett. Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer sicher. Entschuldigt, Jung. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Kommt schon, Eulett! Nein, warte! Wow. Oh, warum, warum, warum habe ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast ein Labor erreicht. Alles nur, weil ich so in Eile war. Eulett! Geht's dir gut? Ja. Tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran. Super Gekko-Muskel! Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Hä? Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gekko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulett! Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeo's Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulett. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde... Ihr wisst schon... Warten. Mja! Okay, mein Turboschienenleger! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Mehr Schienen! Ja! Super Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war Pur-Deulett! Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo! Gekko, los! Blockier den Turboschienenleger! Nein! Oh! 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 Super eiligen Griff! Haltet euch alle an mir fest! Oh! 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 Ich schaff das! Super Gecko-Munke! Oh! 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 Siehst du, Romeo? Wir konnten eben doch dein Labor stoppen! Mein geliebtes Labor! Ja, ja, ja! Ich hab vielleicht meinen Zug verloren, aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor! Und jetzt bringen wir den Zug zurück! Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gekko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Ja, los geht's. Es ist gleich soweit. Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja! Hey Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei. Es geht ziemlich schnell. Eulett und die Mondblume. Ich liebe den Gartenunterricht. Seht mal meine Sonnenblume. Meine ist irre gewachsen. Die ist riesig. Und du bist so schlaff. Hey, wie geht's deiner Blume, Amaya? Ganz gut. Richtig gut. Ich finde, du solltest ihr mehr Wasser geben. Ich weiß. Vielleicht stellst du sie auf einen anderen Tisch, wo mehr Sonne hinscheint. Ich weiß. Das mach ich als nächstes. Wir helfen dir mit deiner Sonnenblume. Wir waren letzten Sommer in einem Gärtnerclub und haben viel gelernt. Äh, danke. Aber ich brauche keine Hilfe. Der Club ist sicher toll. Aber ich bin ein Naturtalent. Mit Pflanzen kenne ich mich aus. Ich brauche keinen Club. Vielleicht brauche ich nur ein paar Gartengeräte. Hm? Wo sind denn alle Geräte hin? Luna-Motten. Dann hat sie Luna-Girl. Wozu braucht sie Gartengeräte? Sie geht doch nur nachts raus. Und Pflanzen wachsen nicht im Dunkeln. Seht ihr? Ich kenne mich doch gut aus. Was auch immer sie vorhat, es verheißt nichts Gutes. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett. Ja. Greg wird zu. Gekko. Gekko. Kommen wir zu. Kip-Boy. Die PJ Masks. Luna-Girl befindet sich irgendwo in der Stadt mit ganz vielen Gartengeräten. Aber wo? Hm. Ein Rasen wäre perfekt zum Gärtnern. Im Park. Zum Eulengleiter. Okay, Luna-Girl. Wo bist du? Eulenaugen. Ähm, Eulett, da vorne. Wow. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber die würde ich sicher nicht in meinen Garten pflanzen. Und da ist Luna-Girl. Luna-Girl. Was hast du getan? Gefällt euch meine Mondblume nicht? Übrigens benötige ich eure Gartengeräte nicht mehr. Wie sich rausgestellt hat, braucht meine Mondblume nur eine gesunde Dosis nächtlicher Mondstrahlen. Wow. Das ist aber eine unheimliche Blume. Eine? Ha! Es wird noch viel unheimlicher. Wartet ab, bis die hier aufgeht und hunderte von Samen herausplatzen. Jeder Samen... Landet auf dem Boden und wird zu einer neuen Blume und... Ja, und jede dieser Blumen... Verstreut noch mehr Samen. Aus denen wachsen wieder Blumen. Hey! Und wessen Plan ist das? Bald wachsen hier so viele Mondblumen, dass kein Platz mehr für andere Blumen sein wird. Ha, 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 ha! Wir müssen dieses Unkraut bekämpfen, bevor es den ganzen Planeten übersät. Hm, was haben wir in unserem Gärtnerclub gelernt zum Thema großes, hässliches Unkraut? Ausgraben heißt die Devise. Ganz einfach. Nein, warte. Großes Unkraut hat auch starke Wurzeln. Und die müssen dann alle raus. Wenn nur eine Wurzel übrig bleibt, entsteht daraus eine neue Mondblume. Dann eben alle gleichzeitig. Das ist Gartenarbeit nach Eulettes Geschmack. Oh! Oh! Flatternde Federn! Ein PJ Masks hat sich verheddert. Fehlen nur noch zwei. Super Katzen-Tempo! Super Gecko-Muskel! Hey! Ich hab eine Idee. Das Teil wächst doch im Dunkeln, oder? Vielleicht mag es ja kein Licht. Wenn wir den Lichtstrahl des Eulengleiters darauf richten, schrumpft es vielleicht. Warte, was ist mit meiner Ausgrab-Idee? Ich kenn mich auch mit Gartenarbeit aus. Schon vergessen? Das mit dem Ausgraben hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht nicht mit der Schaufel. Aber wie wär's mit den Eulengleiter-Krallen? Ich umkreise sie und grab sie dabei aus. Und halte mich diesmal von diesen klebrigen Fangarmen fern. Und jetzt wird gebuddelt. Sieh an! Zeit für PJ Unkrautvernichtung! Ich hänge fest! Schon wieder! So ein Pech aber auch! Flatternde Federn! Ich hab dich! Super Gecko-Muskel! Lass meine Freunde in Ruhe, Luna Girl! Hey! Holt mir meinen Mond-Magneten! Fast geschafft! Das glaube ich nicht, Eidechsenfuß! Gecko, Vorsicht! Hey! Mach schon, Mondblume! Wachse! Und lass deine Samen frei, damit hier kein Platz mehr für andere Blumen und dergleichen ist! Also Graben funktioniert definitiv nicht! Sieht so aus! Hey! Was würde wohl passieren, wenn wir sie gießen? Gießen? Aber davon wachsen Pflanzen doch! Schon vergessen? Das ist keine Pflanze, nur ein seltsames Mondgewächs! Wenn wir es gießen, schrumpft es vielleicht... Moment mal! Dieser Schlauch bringt mich auf eine Idee! Wir könnten mit dem Schlauch ein Lasso bilden und die Pflanze dann runterziehen! Eulette, also ich weiß nicht so recht... Lasst es mich einfach versuchen! Ich weiß ja, dass ich nicht in eurem Club war, aber ich kenne mich trotzdem mit Gartenarbeit aus! Eulette, warte! Hä? Hey, du! Federtie! So! Und jetzt muss ich nur noch ziehen! Halte Luna Girl auf, Catboy! Gekko! Die Matten! Die Samen, sie werden rausgeschleudert! Und das ist alles meine Schuld! So ein Pech, ihr Pyjama-Plagegeister! Gekko na Gekko! Sie wachsen! Überall! Luna Girl bekommt bald ihren Mondgarten! Er wird die Stadt überwuchern und alle anderen Pflanzen vernichten! Ohne euch hätte ich das nie geschafft! Hahaha! Sie hat recht! Ich hätte euch um Hilfe bitten sollen! Aber ich wollte euch beweisen, dass ich mich mit Gärtnern auskenne, obwohl ich nicht in diesem Club war! Ist okay, Eulette! Habt ihr jetzt irgendwelche Ideen? Ich bin ganz ohr! Ich versprechs! Was können wir tun? Was können wir tun? Diese Samen sind überall! Oh! Sie fliegen dahin, wo der Wincy hinträgt! Moment! Das ist eine tolle Idee, Gekko! Wohin der Wincy trägt! Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wincy in die richtige Richtung weht! Ich weiß, was wir tun! Aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich! Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Die Schmuck! Bereit, Gekko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind! Bereit, Catboy? Bereit! Super, Ollenflügelwind! Hey, meine Samen! Blödes Unkraut! Ich hab sie, alle Samen. Ach ja? Dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mond unkraut vielleicht ja nicht. Yay! Es funktioniert! Nein! Ihr peinlichen Pyjama-Plagegeister! Ich komme wieder! Wir haben es geschafft! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr! Und der Preis für die beste Sonnenblume geht an... Amaya! Uh, ja! Wow! Ich möchte mich bei Connor und Greg für ihren Blumenrat bedanken. Es ist toll zu wissen, wie viel Wasser und Licht so eine Pflanze braucht. Nein, ehrlich, das ist auch euer Pokal. Cool! Gewonnen! Catboys Wolkenkrise! Ja! Ja! Habt euch! Ich krieg euch! Oh, arme Katze, sie hassen es, nass zu werden. Wir nicht! Kommt schon! Ab in die Sprinklern! Was ist so toll an Sprinklern? Es ist doch nur ein bisschen Wasser, Connor. Ich weiß. Es hat mir aber gerade Spaß gemacht, Fang zu spielen. Jo! Vielleicht versuchst du nur ein kleines bisschen nass zu werden. Es ist schön kühl. Aber, äh, mir ist nicht heiß. Okay, aber du verpasst was. Ich komme! Was ist passiert? Hey! Wieso kommt kein Wasser mehr? Hä? Was ist hier los? Wo kommen die Wolken her? Was ist passiert? Es ist so kalt. Was, wenn es so schrecklich kalt bleibt und wir nie wieder draußen spielen können? Keine Angst, das wird nicht geschehen. Wir müssen rausfinden, woher diese Wolken kommen. Folgen wir dem Schlauch. Der führt zu dem Tank, in dem das Wasser für die Sprinkler gelagert wird. Und der ist jetzt leer. Aber warum waren die Wolken in dem Tank? Und wer hat sie da reingesteckt? Eine Motte, das bedeutet Luna Girl. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett! Greg wird zu. Gekko! Ja! Connor wird zu. Catboy! Die PJ Masks! Wenn wir nicht wollen, dass noch mehr Wolken auftauchen, müssen wir Luna Girl finden. Schauen wir nochmal beim Sprinkler-Tank vorbei. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Zum Katzenflitzer! Das war ich nicht. Hey, das kommt von da hinten. Das ist Luna Girl. Was macht sie denn da? Mondkräfte erschafft Wolken. Und bewegt sie in den Tank. Was soll das, Luna Girl? Was für eine Überraschung. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis ihr wieder eine eurer ach so guten Taten vollbringt. Warum machst du so schlechtes Wetter? Es konnte heute niemand spielen. Das ist Sinn der Sache, Eidechsenfuß. Ich kann nie im Sommer draußen spielen. Also verdunkle ich mit meinen schwarz-grauen Wolken die Sonne, damit ihr es auch nicht könnt. Du kannst mit uns spielen. Hab dich! Fröhliche Tagspielchen mit den super peinlichen Pyjama-Helden? Bäh! Das heute war erst ein Test. Aber wenn der Tank voll ist, lasse ich alle Wolken auf einmal raus. Und der Sommer wird vorbei sein! Nie wieder Sommer? Das wäre ja grauenhaft. Ihr beide lenkt Luna Girl ab. Und ich klaue ihren Magneten, kehre ihn um und sauge alle Wolken zurück. Ach ja? Du glaubst, du kannst meinen Mondmagneten stehlen, hä, Catboy? Tja, dann schau, was ich für dich hab. Als ob Wolken mich aufhalten könnten. Naja, ich weiß, wie Wasserscheukatzen sind. Und das da sind Regenwolken. Mondkräfte, schick diese Wolken zu Catboy! Keine Sorge, haltet euch nur an den Plan. Ich kann das schaffen. Okay, Catboy. Sei stark! Wow, vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ah! Und jetzt Wolken! Regnet auf Catboy, wo immer er hingeht! Ja! Ha! Ah! Nein! Ah! Ah! Wow! Catboy, was tust du denn da? Wir brauchen dich! Hol endlich den Mondmagneten! Haut ab, ihr grässlichen Wasserwolken! Eulett, du lenkst Luna Girl ab und ich helfe Catboy! Super, euren Flügel! Hier oben, Luna Girl! Fang mich doch! Hey! Gekko, mach schnell! Ich komme, Catboy! Komm schon, Catboy! Du kannst es! Ah! Mondkräfte! Verfolg diese Eidechse! Tu sie runter! Ich kann nicht sehen! Hahaha! Ah! 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 Motten! Schnapp sie ein! Wow! Husch! Husch! Catboy! Ah! Runter von mir Wolke! Wenn ich nur diesem Regen entkommen könnte! Ah! Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Catboy saust wie der Wind mit seinen Super... Oh! Es ist nass, es ist nass! Catboy! Ich komme und helfe dir! Mondbart! Mehr Wolken! Mehr Wolken! Ah! Ah! Oh! Ah! Super-Olen-Flügel! Nein, nein, nein! Wasser! So nass! Oh, warum ich? Warum Regen? Catboy, hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst! Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken! Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu! Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich! Dann nichts viel los! Mondkräfte! Macht diese Wolke größer und mit mehr Regen! Sie soll Catboy überall hin verfolgen! Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennt! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Oh, ich schaff's doch nicht! Nicht wegrennen, Catboy! Ich brauche dich, um Luna Girl zu stoppen! Und keine Angst! Es sind doch nur ein paar Tropfen! Mondkräfte! Verbeugt sie! Wo bist du, Luna Girl? Tüffi, runter! Guck an die Geckos! Yay! Wir können wieder sehen's! Nein! Catboy, unternimm was! Damit kommst du nicht durch, Luna Girl! Oh, ich glaube doch! Solange du eine dumme, kleine Miezekatze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern! Und das bedeutet, ich gewinne! Ich gewinne! Wolken! In eine Reihe und umkreis diesen Katzenjammerer! Nein! Nein! Ja! Ha! Jetzt kann ich zurück und den Tank mit mehr Wolken füllen! Mondkräfte! Erschafft mehr Wolken! Und steckt sie in den Tank! Catboy! Hilf uns! Ich kann es schaffen! Nass werden ist schlimm, aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzentempo! Pyjama-Helden, ich komme! Schneller als ein Blitz! Wow! Der unglaubliche Catboy blitzt unter den Wolken durch! Wow! Erschafft es, dass sie ihm alle folgen! Was? Warte! Was machst du da? Wenn ich nass werde, Luna-Girls, wirst du es auch! Ah! Ich bin klatschnass! Ah! 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 Aufhär! Ah! 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 Habin! Ja! Habin! Jetzt muss ich das Ganze nur noch umkehren! Hey! Ja! Es funktioniert! Wow! Ah! Gecko, schnell! Hilf mir, die Wolken aus dem Tank zu lassen! Alles klar, Catboy! Super Gecko-Muskel! Super Gecko-Muskel! Erledigt! Alle Wolken sind weg! Und wir haben den Sonnenschein gerettet! Gib das wieder her! Nein! Ah! Ah! Mein Mondmagnet! Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen! Ich repariere ihn! Und nächstes Mal kriege ich euch Pyjama-Helden! Du hast es geschafft, Catboy! Wir wussten, du kannst es! Nass zu werden ist eigentlich gar nicht so schlimm! Besonders, wenn man damit seine Freunde retten kann! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ich hab dich gleich! Oh, oh! Wasser! Echt jetzt? Du magst es immer noch nicht? Nein! Aber das heißt nicht, dass ich euch damit nicht da spritzen kann! Geckos Superspürsinn Also die Regeln für das Schnappte-die-Flagge-Spiel sind ganz einfach. Es gibt zwei Teams und jedes besitzt eine Basis und eine Flagge. Das Team, welches sich die Flagge des anderen Teams schnappt und bei sich aufstellt, hat gewonnen. Noch Fragen? Ja, wieso kannst du so gut zeichnen und ich nur so schlecht? Nicht jeder kann zeichnen, aber jeder von uns kann irgendwas besonders gut. Wie das hier. Cooles Chamäleon! Lass mich mal! Ich kann hier überhaupt keine coolen Sachen. Es gibt viele Dinge, die du kannst und wir nicht. Sicher besiegst du uns beim Schnapp-die-die-Flagge-Spiel. Ja, vielleicht schaffe ich das! Lass uns in den Park gehen und spielen! Äh, Jungs, warum ist da eine Nachtninja-Flagge auf unserem Hauptfattier? Unser Spiel wird warten müssen. PJ Masks jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett! Ja! Greg wird zu. Dekor! Ja! Conner wird zu. Catboy! Die PJ Masks! Wir müssen herausfinden, was Nachtninja vorhat. Zum Gekomobil! Katzenohrn! Ich höre Ninjalinos kichern! Eulenaugen! Du hast recht, Catboy, ich sehe sie! Und Nachtninja, sie sind auf unserer Schule! Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen! Klar, eure Kräfte sind cool, aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr! Meinen, äh, meinen... Supergeckospürsinn! Den hast du noch niemals erwähnt! Was kann der so? Er, äh, äh, spürt, wenn Gefahr droht! Es kitzelt mich dann so an, an meinem Schwanzende! Du... Kannst also mit deinem Supergeckospürsinn fühlen, wenn Nachtninja in der Nähe ist? Genau! Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich werde sie mit meinem Geckospürsinn fangen, wie ihn auch! Hey, Nachtninja! Warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist! Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp dir die Flagge bin! Hä? Wer spielt schon mit dir? Ihr, PJ Masks! Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene... Nachtninjas! Ninja-Nachtschule! In der Nacht! Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance! Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule! Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier! Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen Cloud uns zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Mit meinem Geckospürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen! Das wird total easy peasy Echsen einfach! Bist du dir sicher mit deinem Supergeckospürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte! Die sind nicht so gut für Schnapp dir die Flagge! Nicht so gut wie der Geckospürsinn! Der ist perfekt! Bereit, Schnapp dir die Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spielen beginnen! Einer von uns bleibt hier, um auf unsere Flagge aufzupassen! Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe! Und wer geht jetzt zur Schule? Du, Catboy! Mit deinen unglaublichen Katzenohren belauschst du Nachtninja! Mit deinen Eulenaugen und meinen Katzenohren kommt er niemals unbemerkt an uns vorbei! Ihr vergesst meinen Supergeckospürsinn! Er verrät mir, wo Nachtninja ist! Er ist... Ähm... In der Schule! Und will sich unsere Flagge schnappen! Das heißt, er passt nicht auf seine auf! Dann können wir sie uns jetzt holen! Ich dachte, dein Supergeckospürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht! Äh... Ganz egal, was naht! Er... Er spürt so ziemlich alles! Okay! Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge! Man weiß ja nie! Hm... Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei! Aber nicht an Nachtninja! Mangeko-Spürsinn hatte recht! Er ist drinnen! Zeit, uns die Flagge zu schnappen! Super Eilexengriff! Mangeko-Spürsinn-Schulpatrouille Ah! Was? Nein! Ha! Suchst du mich, Eidechsenfuß? Mua! Super Katzen-Tempo! Ah! Offenbar hat ein Supergeckospürsinn versagt! Ah! Superspürsinn? Ah! Oh, bitte! Ich hab mich nicht geirrt! Nachtninja ist in der Schule gewesen! Nur nicht innen drinnen! Du und du! Kommt mit mir! Wir müssen eine Flagge klauen gehen! Die anderen bewachen unsere Flagge! Mua! Ha! 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 Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge! Wir müssen Eulette helfen! Ha! 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 Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei! Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu! Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt! Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier! Mein Supergeckospürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist! Er ist sogar... Hier! Hab dich! Tut mir leid, Gecko! Aber da ist niemand! Vielleicht hast du doch keinen Supergeckospürsinn! Superkatzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht! Das ist los! Die Klebeklatscher beweisen es! Und jetzt verrät mir mein Supergeckospürsinn, dass Nachtninja... ...da lang ist! Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können! Na, der wird gleich eines Besseren belehrt! Heia! Mein Supergeckospürsinn lag nicht falsch! Ich bin sicher erst da lang! Hä? Jetzt stecken wir fest! Wir kommen erst weg, wenn wir das Geckomobil entkleben! Das dauert ja eine Ewigkeit! Folge mir! Mein Supergeckospürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht! Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt! Noch einen Fehler können wir nicht riskieren! Dann gehe ich hier immer allein und beweise dir, dass ich recht habe! Warte! Wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge! Eulette! Gecko ist allein weggerannt! Und wenn ihn Nachtninja erwischt? Wir müssen ihn finden! Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier! Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch ein Supergeckospürsinn habe! Schlitternde Schlange! Ich klebe fest! Oh nein! Aber hey! Klebeklatscher! Das heißt, mein Supergeckospürsinn funktioniert! Es gibt ihn! Es gibt ihn wirklich! Oh bitte! Du hattest keine Ahnung, wo ich war! Ich wusste, wo du hin willst! Ich habe mich die ganze Zeit geirrt! Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja, und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge! Da ist er! Er braucht unsere Hilfe! Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet! Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier! Nachtninja wird gewinnen! Ich habe gar keinen Supergeckospürsinn! Du hast doch schon supercoole Kräfte! Wie Supertarnung und Superidechsengriff! Und die sind genauso beeindruckend wie du! Ihr habt recht! Danke, Leute! Bring in das, Reptil! Das ist der Mega-Miau-Alarm! Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen! Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen! Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen! Und ich kann ihn aufhalten! Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir! Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks! Kommt, Ninjalinus! Ich habe gesiegt! Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy! Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen! Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen! Aber meine Ninjalinus können es! Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet! Nacht, Ninja! Aber das kann nicht sein! Du warst doch gefangen! Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Supergecko-Tarnung abgesetzt haben! Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt! Easy peasy, Echsen einfach! Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen! Die PJ Masks haben gewonnen! Das ist eure Schuld, Ninjalinus! Ihr habt meine Nacht-Ninjas-Ninja-Nachtschule nicht verdient! Böse Schüler! Du hast es geschafft, Gecko-PJ Masks! Wir haben toll gewettet! Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet! Ich sehe ihn nicht! Kannst du ihn hören? Nein, das ist gar nicht so einfach ohne Eulenaugen oder Katzenohren! Ich habe zwar keinen Supergeckospürsinn, aber ich spüre einen bevorstehenden Sieg! Meine Basis! Greg hat gewonnen! Wir wussten, du bist der Beste bei Schnapp dir die Flagge! Ja, und du hast es bewiesen! Zweimal! Danke, Leute! Trotzdem seid ihr die Besten! Die Besten Freunde aller Zeiten! Gecko rettet Weihnachten! Oh, Connor! Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit! Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben! Boah! Ich kann das nicht! Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten! Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eis laufen! Das habe ich noch nie gemacht und ich kriege das auch nicht hin! Wir helfen dir! Na los, versuch's! Eis laufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu! Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck! Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein! Wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta! Sogar der Stern ist verschwunden! Es war alles so wunderschön und es war so viel! Das kann doch nicht alles weg sein! Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben! Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch! Das werden wir rausfinden! Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amaya wird zu! Eulett! Ja! Greg wird zu! Deko! Die PJ Masks! Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen und das müssen wir auch! Also los zum Eulengleiter! 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 Oh, schaut, da ist Luna Girl. Gakanda Gekko, sie klaut allen die Geschenke. Das darf doch nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich, mich. Hey, schnappen wir uns ihr Mondboot, dann kommt sie nicht mal in die Schornsteine ran. Gute Idee, Gekko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Einen Flügel. Martin! Eulett, Vorsicht! Schnell, Gekko, fliegt das Mondboot von Luna Girl weg. Aber ich bin doch noch nie mit einem Mondboot geflogen. Das kann ich sicher nicht. Auf Wiedersehen, Kätzchen. Ich miau mich vom Acker. Gekko, geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondboot nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulett, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Komm schon, Luna Girl! Was? Warum gibst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey! Das gehört mir, Spatzenhirn! Nein, 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 nein! PJ Masks, ich brauche mehr Gesicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzen-Sprung! Hä? Schon wieder die maulende Mieze. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Wow! Kippt wohl! Motten! Husch, husch! Nein! Ich komme! Gecko, spring aufs Mondbord und bring es weg von hier! Nochmal damit fliegen? Aber ich kann das nicht! Nur Mut, Gecko! Du kannst es bestimmt! Versuch es einfach nochmal! Wow, schlitternde Schlange! Das ist ja noch schwerer als Heißlaufen! Wow! Ich schaff das niemals! Gecko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts, keine Sorge. Eulett und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los! Das war's, Luna Girl! Zeit aufzuhören! Zeit für euch aufzuhören! Meinst du? Flatternde Feder! Eulett! Eulett! Oh, hab ich deine Federchen zerfleddert, Eulett? Entschuldige! Super Katzensprung! Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondbord! Eulett! Eulett, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du! Hilfe! Catboy, du hast recht, Eulett. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super, Gekko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eidechse hinverschwunden? Was? Woher kommst du denn? Ah! Hm? Ah! Ah! Hey! Danke! Das ist meiner! Halte durch, Gekko! Du schaffst es! Ah! Gekko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verniere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bringe dich in Sicherheit versprochen! Ich muss einfach draufbleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Wow! Gekko, Achtung! Wow! Das ist irgendwie cool! Wow! Aber schwierig! Ich muss dranbleiben! Pass auf, die Wand! Ja! Ringendes Reptil! Wir sind zu hoch! Wow! Keine Panik! Wir stürzen sonst ab! Genau! Ganz ruhig! Ja! Ja! Ich bringe es jetzt runter! Langsam! Toll gemacht! Ich wusste, dass du es schaffst! Siehst du? Du musst es einfach nur versuchen! Ja! Morden! Lass mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Girl! Ja! Wir haben den Mondboot! Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen! Oh, das ist nicht fair! Für mich gibt es nie ein richtiges Weihnachten! Da feiere ich immer nur mit mir selbst! Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig! Hey! Warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja! Wir müssten die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen! Hilf doch mit! Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten! Was meinst du? Okay! Na gut! Dann spring rauf! Wir retten jetzt Weihnachten! Yay! Ja! Ja! Und nun das letzte Geschenk! Ganz toll! Und du wirst echt richtig gut im Mondboot fliegen, Gekko! Danke! Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es! Du hast uns sehr geholfen, also kriegst du dein Bord und deinen Magneten zurück! Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich! Keine Bange, wir sind noch nicht weg! Wir haben noch etwas zu erledigen! Boah, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein! Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei! Und ich hab kein einziges Geschenk bekommen! Von wegen hast du das! Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen! Schon okay! Ich auch nicht! Aber wir schaffen das schon! Na los, versuchen wir es! PJ Masks ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Ja! Hä? Hey, was passiert hier? Endlich schneit's! Weihnachtsschnee! Kommt deine Flocke mit der Zunge! Äh, 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 äh! GECKO UND DIE EISSTATZ Oh, was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer! Eiszapfen? Das war unglaublich! Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu. Catboy! Amaya wird zu. Eulett! Ja! Greg will zu. Gekko! Die PJ Masks! Das Gekko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wäre es mit dem Gekko-Mobil? Gehen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulett. Aber ich dachte, das Gekko-Mobil könnte... Na gut, wahrscheinlich haben sie recht. Komm schon, Gekko. Zeit für unseren Einsatz. Es ist noch schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow! Was war das? Eulenaugen! Hm. Seht mal da drüben! Romeo ist Labor! Hui! Das macht richtig Spaß! Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran! Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulett! Aha! Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Brups da auftaucht. Was treibst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich! Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's! Gleich hab ich dich! Oho! Wenn's dir nur um eine tolle Fahrt geht, Romeo, dann schieb ich mit meinem Supergeck und Muskeln in dein Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tag-Dovies hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft! Stopp! Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ah! Ist das steil! Wow! Ah! Flatternde Federn! Ich pass nicht durch! Wir müssen landen! Wow! 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 Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Oh! Oh! Es ist wirklich rutschig! Wow! 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 Danke, Gekko! Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen, weil meine Füße richtig gut hat. Warte, Gekko! Wow! Ich hab einen Plan, der sicher funktioniert! Aber mit meinem Klebeplan können wir... Ich brauche dafür eure Hilfe! Zurück zum Eulenleiter! Hm, dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulen-Augen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gekko nicht entdecken kann. Eulen-Augen! Da ist er! Wow! Okay, Gekko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! War wohl nur der Wind! Ha! Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy! Warum hast du so lange gebraucht? Arme Mieze-Katze! Und jetzt runter von meinem Labor-Schütten! Catboy, pass auf! Oh-oh! Es ist k-k-kalt! Ich kann mich nicht bewegen! Lass mich hier raus, Romeo! Eulett! Ich glaube, ich kann Romeo aufhalten! Schau! Jetzt nicht, Gekko! Komm zurück! Catboy! Wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich! Romeo haut ab! Schnell! Haltet ihn auf! Da könnt ihr nicht mithalten, ha? Pyjama-Helden! Ach, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein Super-Eisblock! Wir beide brauchen einen Plan, Gekko! Und zwar schnell! Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey! Ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe! Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Oh, ein Flügel! Ach, das ist besser! Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten! Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine! Los, Gekko! Warte! Wow! Ha! Du versuchst, ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Super-Eulen-Muskeln! Oh nein, ich habe gar keine Superkraft! Gekko, wo bist du? Eule, es steckt in Schwierigkeiten! Oh! Oh, oh! Verflatternde, verfrostige Federn! Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt! Zwei kleinen Eisblöcken ist so bitterkalt! Ha, 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 ha! G-G-Gekko, ich habe einen Plan! Wahnsinn! Ich habe einen besseren Plan! Schlitternde Schlange! Hätte ich doch nur auf meinem Plan verstanden! Und meine eigenen Superkräfte benutzt! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super-Eidechsen-Griff! Es ist Zeit für meinen Plan! Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romeo's Eisachterbahn kaputt macht! Bereit für Eisball-Flipper? Hä? Hey! Gekos Plan könnte funktionieren! Na los, lass uns Eis zerschmettern! Ha, 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 ha! Hä? Diese Eiszapfen-Köpfe zerstören meine wundervolle Bahn! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Jetzt kann ich nur noch in eine Richtung! Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt! Super-Eidechsen-Griff! Hallo, Romeo! Mit meinem Super-Eidechsen-Griff bin ich besser auf dem Eis als du! Quatsch! Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen! Von mir! Also ist es unmöglich, dass mini-hörnige Muttersöhnchen es besiegen! Das wollen wir erst mal sehen! Los, Gekko! Mich kriegst du nie! Super-Gekko-Muskel! Oh! Nein! Hab dich, Romeo! Ja! Zeit für eure Enteisung, PJ Masks! Oh ja! Juhu! Gute Arbeit, Gekko! Der Plan war katzenstark! Ja! Es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben! Nein, das ist meine Schuld! Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen! Oh! Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist! Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das nächste Mal, wir siege ich euch! PJ Masks! Also, es ist immer noch viel Eis da! Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist! Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren! Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich hab ich einen Plan! Gehen wir doch zum Wasserpark! Tolle Idee! Lasst uns gehen! Ansonsten! Ups, da hab ich wohl ein bisschen Eis übersehen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR